Das ist ein Gentleman hier, mit der Rose auf dem Rücken. Oh ne, Michelangelo, Donatello oder wie es so fast das heißt, guck ich mir nicht an. Ich hasse ihn hier. Na ja, der ist ja fast herunter, geil, ja. Da muss er auch nicht mehr in den Pirn sein. Boah, hier, da kannst du es auch tun. Das war mindestens eine Hand voll. Echt? Ja. Eine Hand voll. Fünf mindestens. Aha. Komm, Matze. Komm, Matze. Finde nicht. Rotflinte, Alter. Nein, du kommst nicht gut rein. Oh, ich auch. Oh, ich bin da hinten rein. Das ist toll. Oh. 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 Oh, nein, nein. Oh, ich bin hier. Ich bin hier weg, ne? Okay, so. Boah, du kannst nicht abspielen. Okay, boah, weg. Stuhl, er hat geregelt. Ja. Nein. Na ja, dann Garage, Autos, das sind zwei verschiedene. Was? Wieso bin ich denn jetzt schon wieder runtergefallen, alter? Was soll ich sagen? Dreck hier. Ich fahre auf einmal, gucke ich kurz um meine Waffen und denke mir, wieso fahre ich nicht weiter? Lieg ich unten? Ne. So, Sturmgewerb fahre ich noch. Nö. Geht nicht klar. Wobei sie auf den Dach und rutschen, ja. Schon geklaut oder was? Ah, ne doch, da steht ein Rennwagen. Aber das bringt das nichts. Ja, Rennwagen. Es ist alles offen, ja. Dass die, die haben ja mal die Tankstelle abfackeln müssen. Was ist denn das für eine neue Unsitte? Abkürb fangelt nicht, aber doch. Naja, alles, weggepumpt. Schon das dritte Mal jetzt hintereinander. Was ist das für eine Unsitte, alter? Oh, spätes Fahrzeug, Mann. Oh, hier kommt einer. Wo ist denn der Seilrutschbahn? Ich habe gerade eine Birne am Seil gesehen. Welches Seil? Hier war gerade so ein Hufeisen-Symbol. Aber hier ist doch gar kein Seil. Nö, hier ist ja kein Seil. Oh, hier, guck mal. Das nehmen wir uns doch mal an. Vielleicht ist es eine Falle. Nö. Kannst du ihn nehmen? Eben, ja. Hat aber kein Dingens, aber egal. Eine auch nicht. Ist da einer gebraucht? Wir brauchen noch irgendein Fahrzeug. Naja. Scheiß Jeep oder Motorrad. Irgendwas muss das hier sein. Hier läuft da einer. Ja, oder? Da, hier, guck mal. Da schießt auch noch einer. Ja. Da unten. Ja, das war's. Genau, Junge. Keine halben Sachen. Muskelkater für der Solo. Den können wir da quasi zur Not einverleiben. Ja. Ey, was hab ich denn für eine Pistole, Alter? Guck dir das Monster an. Ach du, das Komische, was langsam schießt. Weiß ich nicht. Das ist eine übelste Wumme. Handkanone heißt die. Ja, genau. Die schießt langsam. Echt? Die hab ich noch nie gesehen. Seit wann gibt's denn die? Musst du mal schießen, wie langsam die ist? Ah, die macht über 70 Schaden. Aha. Ich hab bloß 17 Schuss dafür. Wieso ist das so wenig? Ja, aber 71 oder so macht die Schaden. Aha. Okay. Das 2 mal treffen ist vorbei. Cool. Oh, hier ne 10. Ah. Damit ist gerübt. Wenn ich über die. Lässt die epische liegen, ja? Halt. Ja. Hab das mal. Oh, jetzt hab ich die Kanone. Meine Kanone liegt da unten. Boah. Ja. Ja. War die langsam mit dem her. Leichen dort fährt das Kuchen langsam. Oh. Ich brauche die andere Adler auch oder so. Ich bin die Kanone in Ordnung. Ja. Guck mal mal hier. Vielleicht haben wir hier ja. Und. Was hat denn da geschossen? Nehmen uns. Ich hab die Panzen. Irgendwie sind Panzenteil. Aha. Wir brauchen ne Kache. Ja. Hier. 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 Hier läuft was. Ja. Nicht mehr lange. Aber. Die schießt. Aber die hat geschossen. Die ist langsam. Ja. Aber ganz schnell tot. Ja. Ein Schuss. Und dann hat die irgendwie nach oben geguckt. Die ganze Zeit. Da konnte ich nicht mehr schießen. Ach so. Ja. Ich wollte im Kerner noch einen zweiten verpassen. Mhm. Ging nicht mehr. War auch schon tot. Der bitter böse. Das Ding. 73. Ist mehr wie der Sniper. Aha. Die ist finde ich gut. Guck hier nochmal rein. Danke dafür. Das ist so ein Zeug sonst wo liegt. Aber ich hab bloß 17 Schuss für die Pistole. Wie viel Traum. Da vorne sind wir. Am Insel. Das ist schwer. Hier. Ähm. Alter. Wie dem ist doch gut. Ich wollte mir gerade. Hier ist noch einer. Wo? Da ist geplatzt irgendwo. Hier hinten. Aber hier ist noch. Ist ja. Sind ja noch. Was brauchen die für Munition. Alter. Das. Ich krieg ja keine Munition für die Tracks. Keine. Ja. Das weiß ich auch nicht. Dann nehm ich die andere. Dann nehm ich den MP. Das ist mir zu blöd. Irgendwo. Hier waren da gerade Schlüsse. Ja. Hier noch. Ich sehe nicht. Hä? Tja. Weg. No. Los zu unserem Auto. Ja. Erstmal weggehauen. 16 Schuss. Und es wird nicht. Kriegst nichts dazu. Da hab ich keinen Bock. Die Munition gibt es extra. Ich denke mal nicht. Wie findest du vielleicht mit so und soviel Schuss aufgeladen? Und mehr gibt es nicht? Oder was? Ja. Denke ich mal. Ja. Sind wir schon wieder hier in dem grünen Scheißhaus? Ja. 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 Nicht ganz. Ein bisschen weiter rechts. Geht noch. Scheiße. Ich mag nicht da drin sein. Ich auch nicht. Dann fahren wir woanders hin. Ja. Kommen wir da überhaupt irgendwo hin? Ja hier links eigentlich. Der Gelbe ist ja. Ja. Hier muss ja gelbe irgendwas sein. Wir fahren da drüben auf den Berg. Oh hier die Eier, Alter. Die Eier. Ja. Wahnsinn. Da Eier. Aha. Fetzt. Danke liebes Huhn. Schrei nicht so rum. Ja. Hier ist ja noch eins. Eier. Noch eins. Ja. Danke. Danke. Ja. Gleich komm her. Hier ist noch eins. Ach ich bin schon wieder voll. Alter krass. Eben noch am Hungertuch genagt. Übel ist das. Ja. Ich hab 350 Kluge. Das lohnt sich schon. Der Gelbe hängt ja in dieser... Oh da hinten läuft er. Okay. Hm. Ja wie ist es eben mal getroffen. Ich nicht. Ich ne Rücken ins Schulterblatt. Am Plattschuss. Ja. 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 Ich weiß nicht warum nicht mehr. Da hinten. Okay. Ja. Am Hügel drüben. Ja. 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 Außer. Ja. Jetzt mal 나가. Warum tüften wir gar nicht? Ihr wart mir nicht gut. Der wurde der Sniper. Ich hab ihn schon über der Ecke gesehen. In der Kopfschuss. Ich habe ja auch keinen Scope. Nichts zerknifft, Alter. Okay, lass uns kurz Auto. Beste Plätze sichern. Ja, Schleser. Ach, die Tanken haben sie ja weggepompt, die Arschlöcher. Ich wollte sagen, lass uns noch mal tanken. Oh, da unten, ein Ersatzfahrzeug. Ja, das ist gut so. 71 Prozent. Was? Was war denn das? Reigen kaputt. Ach so. Nicht, dass das noch einer findet hier und nützt. Aber vielleicht hätten wir es nochmal gebraucht, weil sie uns das hier zerdebbern. Moin, sie ist nicht so. Was ist das? Das Auto ist zerdeppert. Achso. Ach du hast aber ihn. Er hat ein Beet. Ne. Oh Mann, eine Hetzerei hier. Hin und her und her und hin. So, wo fahren wir hin jetzt? Mann, da waren wir noch gerade. Drecksbude. Schnell, beste Plätze sichern. Ja. Guck mal, gell? Wir können mal ein paar niedermachen. Ich glaube, hier ist gar nicht so schlecht. Nein, man sieht zumindest von allen Seiten. Und die Zone wandert ja dann. Ja. Sollen wir das Auto ein bisschen verstecken? Nicht, dass wir da irgendwie Räder kaputt schießen? Mhm. Na bitte, fährst du schon los? Die Scheiße. Wo fährst du denn hin? Können wir mal gucken. Machen wir hier eine schöne Position. Ah, naja. Hier hinten am Rand. Geil, ey. Boah, naja. Ach, 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 ach. Geil, ey. Geil, ey. Was? Boah, an den Blättern an. Hä, an den Blättern? Alter, willst du über Kackeiern? Ja. Ich dachte, zerkratzt an den Blättern. Übel. So, hier. Hier bleiben wir es immer schön wieder in der nächsten Zone. Die bewegt sich aber dann auch weiter. Ja, hier ist es nicht so schlecht. Hier waren Schüsse gewesen, gerade hinter uns. Ich gucke mal schon mal nach der nächsten guten Station. Ah, ne. Ich will immer verschieben und drücke immer markieren. Mhm. So, hier hinten. Genau. Da oben noch ein Baumblei. Hä? Oh Gott, ja. Ist klar. Ich krieg wieder ein... Hört doch auf. Ich klettere in das Auto. Kannst du mich aufheben? Ach, ist das doch eine dumme Scheiße. Hört doch auf zu spinnen, Alter. Was soll denn das immer nur? Ach, ey. Ich hab halt keinen Bock mehr. Das ist mir doch zu dumm. Ist nicht normal. Ne. Oh, cool. Danke. Ey, ey. Ey, du hast ein paar von den Dingern geschmissen. Ich hab gar keine... Die ersten haben mich gar nicht abgekriegt. Wursch. Komm schnell. Wir fahren weiter. In den Brunnen. Ich hab die Freude auf deine Wand gehauen. Ja, aber wahrscheinlich, weil ich mich gerade geheilt habe. Hat aber das nicht erzählt. Es ist doch dumm, Alter. Ach, ja. Ach, regt mich das alles nur noch auf. Vier Mann noch, Alter. Boah, ey. Er ist im Busch bloß berührt und er ist kaputt. Ich wollte gerade sagen, das setzt er ins Gebüsch. Boah, jetzt ist die Zone da schon wieder da drüben. Oh mein. Guck mal. Guck mal. Guck mal hier. Guck mal hier. Da oben ist auch noch einer. Guck mal hier drin. Gut mal hier drin. Das war dran mal hier drin. ja 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 ich habe einfach weg gedrückt den hund naja ich dachte erst an der zone ich dachte jetzt alles oder nichts ja klar du kannst eher schießen als du tot bist schön unser eberer da ist er endlich mal wieder ja